PANDORA HEARTS Nein, ich bereite ihm immer Probleme und er muss... Miau! Warum? Warum? Okay, Pause! PANDORA HEARTS Sharon's geniale Plan, Herzen zum Kochen zu bringen! Ihr alle! Um Alison ihren Status als Frau bewusst zu machen, werde ich die Hilfe von euch allen benötigen. Ein heutiges Lächeln und lachendes Gesicht heißt, dass du es liebst, luxuriös zu essen. Es macht nicht glücklich, das zu sehen. Deswegen frage ich dich, ob du es mir erlaubst, dir von jetzt an Zufriedenheit zu bieten. Also dann, komm! Werde nicht so arrogant! Immerhin bist du mein Diener! Okay, der nächste bitte! An deiner Seite zu sein, ist genug für mich. Ich möchte nicht noch einmal von dir getrennt sein. Aus diesem Grund werde ich alles tun, was nötig ist. Ich werde dich immer akzeptieren. Das ist mein Eigentum, du Seetankopf! Halt die Klappe, du dummer Hase! Wie war das, du Seetankopf? Was an mir sieht wie ein Seetankopf aus! Also, also ihr beide! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Bitte wei nicht mehr! Lass mich die Narbe auf deinem Herzen heilen! Ich hoffe, du wirst mir diesen Wunsch gewähren! Und, dass ich für immer in deiner Erinnerung bleibe! Stirb einfach, du Clown! Hey, ich war in der Gegend! Also habe ich deinen Lieblingskuchen mitgebracht! Woher weißt du das? Ich weiß alles über dich! Weil wir mit einem tiefen Band miteinander verbunden sind! Egal wie weit wir voneinander entfernt sind, kehren wir bestimmt zum selben Ort zurück! Weil das unser Schicksal ist! Pandora Heart In der nächsten Pandora Heartfall sehen wir Gil in verschiedenen Beschaffenheiten! Der verlegene Gil, der leidende Gil, schießend geschlagen werden, gefesselt! Was könnte ich mir mehr wünschen? Es ist eine Parade von Gil, Gil, Gil und noch mehr Gil! Ich bin so aufgeregt! Aber Gil gehört mir! Also fass sie nach der Dämmung bitte nicht mehr an! Wer ich bin! Nur die Zeit kann das sagen!